Das Mama-Dasein ist für Anne Wünsche nicht immer ein Kinderspiel. Die einstige Berlin-Tag-und-Nacht-Darstellerin ist nicht nur Influencerin, sondern auch dreifache Mutter. Auf Social Media gibt sie oft Einblicke in ihren Alltag, jedoch verläuft der nicht immer ganz stressfrei. Anne leidet manchmal unter völliger Überforderung. In einem Promi-Flash-Interview gibt sie zu, es ist normal, sich mal überfordert zu fühlen, auch mit einem Kind kann das normal sein. Das ist völlig in Ordnung und ja, so ist es bei mir auch manchmal. Das treibt Anne teilweise in den Wahnsinn, denn ihre Rasselbande hält sie gewaltig auf Trab. Ich verliere ganz oft meine Geduld, meine Nerven. Selbst das Erotikmodel weiß sich also nicht immer zu helfen.